und ich habe heute nachrichten sie werden niemals glauben sie werden mir niemals glauben nie niemals ich habe tatsächlich vor dem stream gegessen das ist alles komplett wirklich komplett bild ich weiß auch nicht ganz wieder umgehen soll ja guck mal das ist schon die zweite perspektive aus der ich hier heute ungewöhnliche dinge mache sondern zu allem überfluss filmen auch noch veteran ich weiß nicht warum aber es hat nämlich irgendwie gepackt ich habe auch mal die kamera hier so rund gemacht guck mal ich fand das eigentlich ganz gut ja aber ich nenne es sogar welcher nicht valorant obwohl doch ganz wahllorant sind wir ehrlich ganz anderes feeling junge kamera ist rund feeling direkt komplett geändert man muss schnell die sechs größten berge deutschlands ohne die zugspitze der watz watzberg watzen irgendwas mittelspitze teufelstalspitze oder höhentalspitze teufelsberg mittelspitze das reicht wer brauchen wir nicht bocken fand ich echt nicht okay guck mal brocken habe ich nicht mal gesagt wir haben oben den fucking box berg in schleswig holstein das ist die höchste erhebung in schleswig holstein die ist wie hoch 120 meter oder so eine scheiße das ist das ist der standard mit dem ich arbeite in meinem kopf also ich bin legit was berge angeht ich bin mehr belesen was was quantenphysik angeht als was berge angeht aber fun fact bei uns in der heimat in itzeho slash umgebung da gibt es eine spannende story ja und zwar hat irgendwann vor hunderten jahren ja gab es einen kirchturm und der war hoch ja der war ziemlich hoch irgendwie 40 50 meter oder so keine ahnung ja und dann kam irgend so ein architekt um die ecke so ein typ der gerne kirchen bauen würde und er hat gesagt innerhalb von einer woche baue ich einen höheren kirchturm als den ja weil ich will einen höheren haben und damit irgendjemand eine wette abgeschlossen die anderen haben das natürlich nicht geglaubt weil wie zum fickwitz in einer woche 50 meter hohen für fertigen kirchturm bauen weißt du ja und haben einfach foolisherweise angenommen und dieser hohen so ein wisst ihr was der gemacht hat der ist einfach auf den 40 meter hohen berg geklettert und hatten zwei meter große kirche gebaut so einfach nur so ein kleines ding so ein kleines steinteil und ist dann hingelaufen zu dem hat gesagt jo ich habe gewonnen ich habe hier eine 42 meter hohe kirche work smart no hard super runde der mensch hat mir spaß gemacht ich bin ready jetzt fürs ranken an der stelle riesle mauer so eine tolle map ich weiß was ihr habt was spiel ich denn als dritten pick mal so ich muss irgendwas neues lernen ich kann auch so was spielen i guess i could go our boy but i haven't played our boy much aldo our boy i like to learn our boy so weil der charakter ist ja relativ egal in valorant sondern das aim ist wichtig es ist nicht ist nicht das aussehen was zählt sind die inneren werte das beweise ich euch jetzt okay erstmal machen wir wieder wieder auf fullscreen wie das so ist immer bei valorant sage ich ich gehe jetzt ah i guess ja und schmeißen hinten die dingens rein no shock bolts ghost gefällt mir so i just i just yoinked this all the way back there and just see what happens no oder do i yoink this all the way in mid no i yoinked this all the way back in here nothing in the cave tube as it seems everything wait one minute two yeah at the door at the door i got this guys don't worry right here ja ne wenn das game so anfangen muss thank you kommen die da zu dritt auf mich zugelaufen und denken sie können was tun wenn sie das meinen du wenn sie das meinen da sind sie aber auch in einer sehr günstigen reihenfolge nacheinander gekommen haben mich nicht geswarmt das habe ich sehr appreciated gerade funktioniert das leute wenn ich die daran dran schieße macht das an drinnen damage ja ne nein warum nicht schon mal ein e-sport gedacht ich habe twitter ist gewonnen ich bin e-sportler ich glaube müssen so eine chatquote einführen für für generell pika und bird port und sie mir und so weiter irgendwann glaube ich wird das notwendig outside already out out b out b out b already back side baby pushing his punishment spike planted right here enemy down shock dart oh man getting ahead found them no chance oh achso lol ich dachte er hätte rausgestapft aber hat er gar nicht need a drop thanks need a drop take out their healer okay by me what do you mean you dropped your job hey i dropped that i dropped that for you for the skin oh lol i'm dumb what the fuck i don't have a weapon now but it's fine dann up mit up mit oh mein gott ich hätte mir kaufen müssen come and cube come and cube four mitts i think one one top right one top right lord ich habe mich gekauft man und deswegen mache ich so eine scheiße eigentlich nicht ich wechsel silence my ult is ready okay und mein ist elton sleep brother ah too late oh no oh no oh no ist das an der stelle überhaupt gut die zu töten leute ich weiß es gar nicht die 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 das gibt es nicht die 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 Ich bin ja so gut! Ich bin geborener Owl-Boy-Main, wirklich. Mit. Mit assist. Hat mit. Nio. Einmal mit. Waaaaat? Waaat? Take flight. Closen over on me. No one in CT. I'll go back to A. Ist der Spike da? Ich glaub das nicht. Der wird doch irgendwo campen. Oh, nice. Oh, du warst nicht. Ja, er ist stillis. I've got 5 HP. I'm not peeking. I need to beat. Ah, da ist ein TP da längs geflogen. Den hab ich nicht gesehen. Something middle. Two cave. I'll stay. Double race. One mid, two mid. Brim end. Fast go. TPed. Ah, nix würde ich machen. Spike planted. Scanning ahead. Oh, was soll das Timing denn? Standing ahead. There. Here we go. Seems like B, guys. Out B. 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 I'm sorry. Shoot him! It was a map drone, man. I'm sorry. Fuck. No Spike. I got him if he crosses. Spike's here. Oh, okay. See, good one guys. Enemy spot today. Shock dart. No one's holding mid by the way. I'll hold it passively. Multiple enemies mid. Nice. Oh, top mid already. Enemy mid. Revealing area. Enemy B. Hey. 30 seconds left. Unnötige E. I love the scan. The scan arrow is cool. The beat on sight. On sight. But we have swag. Sorry, I'm very deaf. Lovely style. Sorry, I'm very deaf. Scanning ahead. Oh, there's something. Three smokes. Got you, Jed. Bomb is here. Bomb is here. They got the spike. Oh my god. Good job. I love the mid arrow. Also, der gefällt mir besser. Den kann man auch pushen, vor allem. No. You. Are. Powerless. Ah, yo, he's on me. That's a beer problem. Spike planted. Die neue Drohne. Enemies on pain. Geht meine Drohne kaputt in dem Feld? Ah, okay. Das war ja einfach. Oh, I didn't say anything. I am the hunter. Spawn. What the way? I have E. One more to the right. Spawn, spawn. You defuse. Keep going. Nice. Huh? Ah, no idea. The K shot. K or maybe FK or something? No, you killed me. I saw him back there. Oh. What the fuck? I feel that's weird. Deine arrows sind genauso default wie deine Haare in der heutigen Zeit. Okay, den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Der kann nix deutsch. Den mag ich. No, respectable. 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 Oh. Take flight. Close left. And back. Revealing area. Ah, still back. Still back of tunnel. Maybe tube? No, it's a B. Euro also middle. I'm very low. Coming. Middle. Middle behind the middle thingy. Freundlich von ihm. Switching sides. Haare noch falsch geschrieben. Das stimmt wohl. Das hat das Insult nicht unbedingt besser gemacht. Aber trotzdem. Der hat mich abgeholt. I will lose. I will lose. 9-3 curse. Are you religious? Yeah, man. Hi. Let's do like two tube and three cave maybe. Or at least one tube. I can someone go. Either tube or mid. I can go tube. Or do you want it? Go, go, go. Okay, okay. I force sprint into tube. I'm dead. Cross the left. Here. He was here somewhere. One side, one side, one side. I got you. No, keep landing, keep landing. I got you. One other side of pyramid. One on the stairs. Nee, ich hätte mich da nicht so hinstellen dürfen. So dumm. He's off. Nee, das war mein Fehler. Das war meine Runde. Ich dachte, ich überraschte sie damit, dass ich Star steht, dass sie close sind in der Wand, aber die waren beide so weit weg, dass sie mich einfach auch nicht drüber gestrillt haben. Let's just rush B. I'll owl around the corner and tell you where they are. Well, the answer is close. I think he was close. Sure. I'm stunned. Das ist ja so unfassbar unfortunate. Alright, I think A-Take works best for now, I guess, with the Viper Wall. Hey, don't worry, man. Iron Click. Wait, what am I doing? Oh, here's a wall. It's a wall. It's a wall. I'll just destroy it and then we'll make some noise and maybe go B. Yeah. He's there on the right side. Let's not fully commit to A yet. Yeah, they're out hiding. Let's go B, B, B. Yeah, go A, go A, go A, go A, go A. Oh, let's go, Raze. He dropped? Oh my god, yeah, he dropped. EUR is insane. You saw him on your right. One enemy remaining. Good job. Left close. Don't peek, don't peek. Lovely. Good job. I can't bite. Would you be so kind, Neon? Thanks. Thank you, my friend. I'm out of here. Watch out for the Yoru. Yeah. Yeah, there is again. Ah, damn. What? A is so fast. They all know how it's split. Deploying drone. One nest. One nest, one double door. A is rotating already. Yeah, that's good. Now let's go silent A. We go double door. We go double door. Gone. Oh, fuck. Yeah. Okay, maybe now up to B. Two people there. Fuck. You sure? Yeah, no, that's right. Come on, come on, come on. We go. Okay, okay. Oh, so good, man. One top. I can ult, though. Yeah, do it, do it, do it. You want to play with mine? Mine is 40. Boah, the more I should have given. Nice, good job, man. Careful, Yoru. Scary stuff. Oh, I got one. Oh, he's close. I cannot use that. I cannot use that. Is he close? I cannot use that. Like this person. Standing ahead. Yeah, I think so, too. Just wait. Oh, she was spotted. Mine is 80 middle. Nice, let's go. Neon is low, but has old still. One stairs, one the red box. Two yellow, two yellow. One side. Is it yellow? Two yellow. Both yellow. One stairs. Who's next? At least one yellow. Stairs. Ignore the yellow for now. Back side, back side. Yeah. One enemy remaining. Good job. I cannot use that. I cannot use that. Nest, nest, nest. I'm pretty fucked here. Who is there? You will not kill my allies. Oh, that's far. Oh, that's bad for me. But the arrow likes me, there on the other side. He always decked up. I mean, I can play ult and buy for someone, if you want to. But eco is better. Probably. Then eco. Then eco. I can maybe ult snipe someone. Will we just half buy and see what happens? Let's double scout this. Let's go back. 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 Let's go to the left. Spawn. Our spawn. Our spawn. We can rotate. You ruin our spawn. I'm rolling it as well. Backed. Legend. Take his gun. One more meet. Gun here. Shot down. A player. A player. A player. I'm sorry I was stuck. Nice. Good job. GG. I'm slain. What the fuck? What the fuck? Little bit. There were a couple people. Plus 32. Plus 32. Wir haben gerade Platz 2 geskipped. Was?